3 So und da sind wir wieder hier zurück bei Let's Play Together Saints vs. Seid mit Mille und mir der wahre Lippe und ja wie wir das jetzt mal schon gesagt hatten Machen wir jetzt eine Bandenoperation Richtig aber du packst mich diesmal ein bisschen weiter weg Oben oder weg? Weg Okay Ich bin auch aber ausgestiegen Hilf mir, hilf mir Lol ich hatte dich gerade auf dem Arm Du hast mich noch nicht wiederbelebt Was, was, was? Einfach zum schwarzen Jet sprinten dann Zu welchem schwarzen Jet? Der da stand Links von uns Steht er da wieder? Ja Oh nice Ich finde ihn auch wohl nice Ich habe eine Panzermunition Panzermunition Ja, das hat uns jetzt erstmal wieder 1000 gekostet Nice Achso, das ist der Torch Guck, er hat das Auto, ne? Ja Wieso bin ich jetzt ausgestiegen? Weil du akzeptiert hast Ey, das wollte ich machen Passiert Ops Dir ist klar, dass du mir so leicht im Weg stehst, ne? Ja Such dir einen anderen Weg Mach ich auch jetzt Wieso erst jetzt? Wo ist denn dieser Behinderte-Rede, Mensch? Na komm Hahaha Loil Hahaha Wie gut Was denn? Ja, ähm Oh, das war ein falscher Panzer Ich habe, ähm Bin halt über die Schnauze von dem Polizeiauto gefahren Das war total eingedellt, also vorne War alles total eingedellt, danach war es normal Die Polizisten stehen einfach nur so daneben Äh, ja Ah, ah What the fuck, und so Genau Ah, den Panzer holen wir uns auch immer noch, wenn wir ein bisschen besser gerüstet sind, ne? Ja, toll Und am besten noch, bevor die Stag da ist Ja Und dann holen wir uns gleich Stag-Panzer Richtig Und staken ihn 16 Mal, oder 64 Mal Nein, natürlich nicht Also, Vanalismus ist ja nun echt Finde ich eins der leichtesten, was es gibt Noch Sag bewusst noch Hä? Du bist nicht gestorben? Ich? Der Typ Ich lebe noch Wow Jetzt kommt hier schon Das Militär angehorscht Ich hab kurz gepunktet Na klar Schade Ja, und Panzerwandelismus ist schon Gescheitert 2000 Ja, plus 10% ein dauerhaften Donus Jupp Warten auf Bareli Gar nicht Ich bin noch schon lange da Uh, es wird Nacht in der Stadt Ich glaub hier liegt ein Toter Na Quatsch, hast du nur Nachtreden Nachtreden Ich möchte ihn haben Ich möchte ihn haben Ich möchte ihn haben Feuerwehr Auto Aber Nein, 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 nein 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 Recht ranfahren. Recht ranfahren. Ja, mach ich doch dann, wenn ich es hab. Alter, der lässt sich ja jetzt voll scheiße. Alter, die Hinterräder sind voll im Arsch. Hast ja super hingekriegt. Was meinst du, wie scheiße der hier zu lenken ist? Aber aus Prinzip klau ich mir den. Der ist nur von einmal quäschend voll im Arsch. Der ist total verzogen. Das ist hier ja auch ein, was weiß ich, wie viel Tonner. Ich kann es in jeden Fall ziemlich schwer. Ach, wir sind hier. Wie kommen wir denn hier hin? Oh, ein bisschen weit. Dann möchte ich da hin. Bisschen Feuerwehrauto fahren. Wollte ich schon immer mal machen. Hallo, wir haben Vorfahrt. Ach, krass. Wie kommst du denn da drauf? Weiß nicht, ich bin bei Siemos Car Wash. Ey, wieso ist das nicht verfügbar, während ich bekannt bin? Weiß ich nicht. Also ich bin im Dominiciel. Achso, sag das doch. Also in Siemos Sains, aber... Ja, bleib da, bleib da. Nicht bewegen. Ich muss da erstmal hochkommen, ich bin mir grad. Jetzt mach, geh hin. Ich versuche nicht. Ich glaube, ich muh noch einen hoch. Sie muss seine Lounge. Geht doch, danke. Siemos auch hier? Nein, glaub nicht. Ich will hier wieder raus. Nein, bleib drin. Wir haben doch schon wieder Polenta am Hals. Ja, Mann, jetzt mach mal hinne. Das ist Folter hier. Er wollte mich veräppeln. Jetzt geh rein. Wo haben wir den in der Garage? Atteration. Nein. Nein. Nein, nein. Nein. Ja. Phönix ist cool. Ich hab nicht genügend Geld. Passiert. Nehmen wir ihn trotzdem. Das war noch... ...was weiß, aber... ...Ausgaben für Fahrzeuge. Über 20.000. Oder 200.000. ...der Spinner ergoend. Der ist... ...relativ schön in den Kurven. Wolltest du mich jetzt eigentlich mit dem Heli abholen, oder? Äh... ...ist grad nicht drin. Okay. Ja, der Phönix ist cool. Banden-Operation entdeckt. Soll ich mich drum kümmern? Kannst du machen. Kommt, lass mich mal hin hier. Oh, ich glaub, das ist... ...ne Banden-Operation. Hahaha. Lass mal durchladen. Ich kann nur sechs Schuss. Boom. 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 Boom, hab ich gesagt. Boom. 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 Ey, warum zählen Geländer eigentlich als undurchdringbar? Keine Ahnung. Dann zieh dich halt auf euren Kopf. Daan. Ach, du wolltest runter zu mir kommen? Meinst du zu mich oder den Typen? Den Typen. Ich hab's schon wieder getan. Was? Das ganze Geld für ein Auto auszutreten. Mal ist ja okay, aber nicht immer. Na komm, jetzt halt still hier. Stillhalten, hab ich gesagt. Es werden immer mehr, kann auch klein. Boom. Kill mit einem Treffer. Ich brauch Hilfe. Ich bin unterwegs. Ich hab so ne behinderte Sniper am Hals. Meinst du die da oben? Ja. Jetzt sag mir bitte, du hast schon besseren Raketenwerfer, um den Illy da runter zu holen. Ei, was? Besseren Raketenwerfer, zielgesteuert. Hast du nicht? Nein, ich hab dieses Gainty-Teil, womit man den Gegnern das draufsetzen kann. Das fand ich lustiger. Okay. Jetzt hat er mir eine Scheibe eingeschossen. Glaub ich auch wohl. Naja, gleich auf zu zweitem Banden-Operation. Danach würde ich sagen, machen wir wieder einen Teil der Mission, oder? Der Phoenix ist wirklich cool. Der ist voll cool in den Kurvenlagen. Wo ist denn das nächste Domizil? Weiß nicht, auf jeden Fall bin ich jetzt am Flughafen. Ja, ich hab ja immer noch den Sniper am Hals, ey. Nein, wieso? Der ist wirklich nice. Ach, und ich bin falsch gefahren. Ja, äh, ich kümmere mich doch erstmal nicht drum. Ach, ja. Aufträge abgreifen. Druck, okay. Nein. 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 Fressi. Ja, ist echt schlimm dieser Typ. Ja. Wahrscheinlich hat er sich auch noch selber die Stimmbänder, die Stimmbänder zerschnittelt. Ja, er hat wahrscheinlich zu viel geraucht. das kann auch sein aber dann hat er sich hält trotzdem selber komplett gemacht das habe ich auch nicht Prozent vom Straßensperre mit dem Betonmischer glaube ich auch soll ich aktivieren ein paar Wunden ich habe aber immer noch so eine behinderte Sniper am Halsschild trotzdem noch ein paar Sekunden versuchte abzuhängen das war ein Polizist ich glaube der fand das nicht so lustig wie das ist schon dein Auto oh man ja wenn ich das da abstelle nur dann 1 ich wollte es auch jetzt abstellen ich habe es nicht mehr in der Garage ich habe sogar aus der Garage ich aktiviere jetzt noch ich setze mich kurz noch in jetzt ok dann werde ich mal gucken la 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 das wäre vielleicht ein schnelles Auto gar nicht schlecht gewesen weil wir kommen jetzt einigermaßen und so weißt du was mir auch ein bisschen wundert die Filmsequenzen sind in 16 zu 9 ja wo ist das das soll wahrscheinlich so ein bisschen hervorgehoben werden ja kann sein du willst also fahren du wirst uns alle umbringen ja vor allem weil es bei mir gerade so übelst gelegt hat ok also ich steige hier aus dann hole ich die rechten ok naja die rechts dann mache ich das längst ich habe sie muss gestohlen sehr schlimm das für sie muss müssen sie muss weil ich mir das geht gar nicht Prozent was wer hat ihn entführt deine wurden entführt und dann ja musst du sie jetzt befreien weiss nicht auf jeden fall ich habe meine zwei aber du musst auch noch zwei anderen bringen die stehen da wahrscheinlich und die Zuhälter sind noch da die muss erst töten kann das sein ach so und Simon ist das aber auch ok ich begebe mich mal zu dir ne ich kann nur zwei anwerben ja mehr brauchst du auch nicht was ja aber ich die eine ist nicht schön ich bin ich bin ja ich bin ja ich bin ja Oder auch nicht. Jetzt springen die da schnell hin. Ich bin unterwegs. Schaffst du das noch in 15 Sekunden? Ja. Ich wette, das geht trotzdem nicht. Doch, müssten da sein. Habääm. Glück gehabt. Mein Tod hat's gerade mal. 15 Sekunden. Welchen Respekt Level bist du denn überhaupt schon? Elf von Bethel oder so. Hast ja wohl Respekt gekauft. Ich hab erst 10. Wann dann? Warten auf den Waren. Wuhuu. 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 Das war jetzt los. Das war ich wirklich nicht. Alter. Ich hab doch nur den Roller geklaut. Was wollt ihr eigentlich? Ich komm. Ich, ich. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den Motorroller da. Hallo. Bleib stehen. Danke. Danke. Find ich nicht mehr. Ich hab jetzt einen Widowmaker. Einen Widowmaker? Der ist ja mal mega schnell. Nee. So ein kleines Problem. Was wäre das? Motorrad. Wenig Leben. Motorrad. Voll in die Exkursion. So. Sprung. Der Motorrad geht. Der Motorrad geht. Das ist nicht so breit. Ich meine, da kannst du dann auch mal so links an den vorbei basen. Oder vor ne Wand fahren. Ach was. Nicht heute. Alter, bergab ist er ja richtig schnell. Fährt er bestimmt 30 oder so. Okay. Nee, der ist irgendwie schneller. Noch nicht schnell genug. Will du doch ernsthaft beim Motorrad während der Fahrt mit mir auf ne Pistole schießen? Willst du mal irgendwo rein gehen? Ja, ich bin grad auf dem Weg ins Hauptdominizier. Dann. Das könnte noch ein bisschen weit weg sein. Das könnte noch ein bisschen weit weg sein. Willst du zwischendurch nicht in irgendeinen Blumenladen oder so rein? Naja, aber die Polizeibekanntschaft ist ja sowieso gleich weg. Das meinst du? Ja. Okay. Wenn du jetzt nur ins Gegendrett hast. No weapons. Hat er gesagt. Okay. Oh, da ist ein Smart. Da ist ein Smart. Da ist ein Smart. For one oder for two? Forever alone. Was soll das denn bitte? Mich hat einfach so'n Müllfahrer, so'n so'n Zementmischerfahrer überfahren. Und die Zeit ist vorbei. Leider. Ja, dann bin ich aber auch schon im Domnizier. Fun. Gleich. Ich bin jetzt schon unten in der Garage. Ja, dann lass mich kurz... Wenn du da unten drin bist und wir dann keine Sterne mehr haben. Bin jetzt auch schon... Im Fahrstuhl. Gibt Gummi. Ja, bin ja schon hochgefahren. Am hochfahren. Am hochfahren. So, jetzt chill. Ja. Und jetzt gehen die Tür nicht auch. Das wird wahnsinnig. Ist das ja lieber, ne? Wenn ich nicht irgendwo rein möchte und das Hollow nicht hochfährt. So, geht doch. Wuhuuu. Wuhuuu. Ist das ein riesen Fernseher? Ach, ne 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 ne. Ja, auf damit. Ich wollte das ja machen. So. Also von mir aus, äh... Was ist das dann für diesen Part heute? Ich geh noch ein bisschen im Pool. Ich weiß ja nicht, was du machst. Oh, ich schnapp mir den Phönix. Naja. Ich bin im Pool. Es reicht mir. Wir sehen uns morgen. Bis denn. Bis. Bis. Bis.